Ich muss sagen, dass da Jens Büchner, die Hanka und natürlich auch den Flohrein, also die beiden Hetzer gegen den Honey angeschissen hat und gesagt hat, ey, wir haben uns so etwas abgesprochen, wenn ja einer was nicht kann, nicht will, also gibt es keine Diskussion und akzeptieren wir das, finde ich sehr gut und die anderen haben natürlich auch groß zugestimmt, also großteils. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der Büchner hat ja selbst mit seinem Knie rumgeheult, also er hat da weniger sozusagen für den Honey gesprochen, als er für sich, falls bei ihm sozusagen mit dem Knie das wieder schlimmer wird, wobei man natürlich auch nicht weiß, inwieweit das stimmt oder so. Also ich meine, in der Prüfung, wo er gestern war, hieß es ja auch erst, er hat es mit dem Knie und dies und das und die Prüfung konnte er dann aber doch machen und da war nur die Fettsucht von ihm angeblich schlimm. Naja, aber letztendlich muss man sagen, man hat sich da gegenseitig verabredet, dass sozusagen, wenn wer was nicht machen kann, dann akzeptiert man das und macht keine Hetze. Und gerade Hanka, die ja sozusagen Phobien hoch 10 hat und da Sachen nicht macht und so weiter und so fort, die hetzt da in einer Tour, also das ist wieder typisch, diese sozusagen selbst sozusagen Rücksicht wollen, aber keine Rücksicht auf andere nehmen.